Germanische Rundfunk. Sie hören nun eine Reportage vom Ausklang der Massenkundgebung. Der Führer wendet sich an Feldmarschall Hering. Er schaut von oben auf sein Volker ab, er grüßt. Er wendet sich jetzt zu seiner bewährten alten Garbe. Er schreitet die Stufen erlangt. Haben sich eure Exzellenz verletzt? Straf, Straf, da flüten bleiben, da sie sie kracken. Da flüten bleiben, da Bananer. Da flüten, da Bananer. Nun tut das Kleine bei Bananer. Da Bananer stößt mit einem Strip, mit deinem Kind, da Bananer. Da Bananer. Da bitte Buben, ich denke, du Straf mit denen. Bananer. Bananer. Da bitte Buben, wer lauf ein, da sie sie kracken sind. Bananer. Erich, wir sprechen uns doch, sie fahren im zweiten Wagen. Ein kleines thomanisches Mädchen überreicht seiner Exzellenz einen Blumenstrauß, ein zweites kleines thomanisches Mädchen überreicht seiner Exzellenz einen Blumenstrauß und ein drittes kleines Mädchen tut dasselbe. Der Führer ist offensichtlich hoch beglückt, besonders als seine thomanische Mutter ihm ihr Kind überreicht. Ein Forderung, das Baby ist überwältigt von der Güte und Aufmerksamkeit seiner Exzellenz. Es wird diesen Augenblick nie vergessen. Der Führer auch nicht. Der Führer auch nicht. Der Führer auch nicht. Ist das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020